Es heißt, dass die Stunde nicht kommen wird, bevor die Schätze dieser Welt unter den Reichen aufgeteilt werden, ohne den Armen einen Anteil daran zu lassen. In unserem Fall dreht sich alles um ein ganz besonderes Element. Es ist für manche von uns selbstverständlich, für die anderen aber wertvoller als Gold. Es ist der Grund, der uns dazu bewegt hat, hinauszugehen. Weite Strecken, tausende Kilometer. Eine Antwort auf den Ruf jener stiller Seelen, der in der Ferne verhallt. Es ist mehr als nur ein guter Vorsatz. Denn welchen Wert hat die Absicht, wenn ihr keine Tat folgt? Wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Mit Afrika Brunnen. Ein Beitrag für die Ewigkeit. Bis fianante ! Bis zum nächsten Mal. Weshalb der Zähnert Rauf und ein Rauf und B